Ich finde es immer wieder, es ist wirklich faszinierend, wie es an dieser Grenze dann aussieht. Man geht irgendwo hin und dann will man nach links und dann geht es nicht, weil muss man wieder zurück und anderen wegnehmen. Nicht schlimm. Also auf Google Maps kann man sich hier nicht verlassen. Aber ich muss sagen, es ist schon, ich weiß nicht, sehr aufregend hier zu laufen und wirklich das mitzuerleben. Ja, und es ist natürlich seit ein paar Jahren, es ist jetzt wirklich, dass es so leicht ist, über die Grenze zu laufen. Vorher war es sehr, sehr schwer. Und ich bin wirklich froh, dass ich das erleben darf. Und ich bin wirklich froh, es ist jetzt ganz mal wieder. Ich bin wirklich froh, dass ich hier draußen habe. Aber mal weiß, dass ich mich dann wieder freuen kann ausfallen zuigen. Untertitelung des ZDF, 2020